Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bad Wars mit mir, dem unsichtbaren Tobi und dem unsichtbaren Flori. Sag's mal Hallo. Okay Flo ist nicht so richtig, äh, amazing. Nein, Torben, das war geplant, ich hatte keine Blöcke. Ja, natürlich. Ah, natürlich war das geplant. Der Flo, der ist der Babo, der macht so was alltäglich. Ja, weißt du, der ist Klippenspringer. Gott sei Dank. Dass er halt nicht auf irgendwelche Klippen springt, sondern auf nichts. Gott sei Dank sieht man, Gott sei Dank sieht man das Ganze. Der ist ja bei Klippenspringer und springt auf Klippen. Ich wollte gerade sagen, wie du Klippenspringer interpretierst, ey. Ähm, ich will, Flo, ich will ja nur sagen, in der Aufnahme sieht man, dass ich da noch ein Block. in der Hand hältst. Ey, da kommt ein Atom. Nicht mehr. Hä, das sieht man wirklich. Ich hol mir das Gold. Okay, ich geh zu, ähm, Blau mit. Ne, nicht beide, nicht beide. Doch, doch, ich hab ein Schwert, dann machen wir die. Na gut, dann mach die. There is nothing I would change, cause I'm amazing. Go Flo, du, ich schnetze. That's the way I am. Ich schnetze, du baust better. Achtung, ein Blauer kommt in die Mitte. Dann gibt's im Video noch ein Like, weil ich zu gut bin. Einer down. Tobi einfach voll, hab ich los. Nächster down. Einer kommt in die Mitte. Einer kommt in die Mitte, ein Blauer. Ja, dann lass ihn, lass ihn, lass ihn. Ja, ja. Ja, Flo, ein Grüner in der Mitte. Okay, den hole ich. Der hat nichts. Ist down. Der is nothing I would change. Oh, viel Gold. In eine Eisenspitzsacke, weil ich keine Spitzsacke habe. Nein, Tobi nicht auf dem Map. Echt nicht. Zu spät. Wir müssen eh nur noch ein Bett zerstören. Ja, deswegen ja. Weil der Flo hat sich gerade das nächste gesnackt. Ey, Tom, komm mal hier. Hier, ich hab ein paar Sachen für dich. Weißt du, hast gehört, wie ich gerade gesungen habe? Amazing. Amazing. I am. Damn, Lukas. Alter. Du sollst damit aufhören. Echt mal. Das nervt, ehrlich. Das hört sich richtig ekelhaft an. Flo, du baust. Ich hab ein Bogen. Ich auch. Ich schieße. Haben die auch immer. Ich schieße auf den mit der Rüstung. Penner, Alter. Eingehaut. Dann springt der Meide tot. Aber ich krieg den Kill dafür. Lass mich durch. Ich hab ein Eisenspitzsacke. Geh weg. Geh weg. Du musst in der Spitze bleiben. Die von den anderen beiden Teams leben noch welche. Ja, dann bleib in der Mitte. Wir machen das eben. Pass auf, guck mal. Da oben ist nur einer, der Rüstung hat. Warte, Tobi. Tobi, schnetze. Tobi, schnetze. Tobi, schnetze. Schnetze. Nein. Mein. Nein. Fick dich, Alter. Ich war noch ein mini bisschen langsamer als du. Ja. Weißt du, du bist noch ein Beil, du. Ja. Wie wir uns einfach... Wie wir runterbauen kann man dich. Weißt du, wie wir... Wie wir noch... Da ist der Grüne in der Mitte. Der Bogen. Der Bogen. Ich bin runtergefahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab ihn direkt runtergeschossen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt werde ich ihn töten mit meinem super tollen Schwert. Oh mein Gott. Ich hab ihn eben schnell fertig gemacht. No GG. Das war easy. Tobi. 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 Fällt dir mal auf, dass wir uns eigentlich gar nicht um die gewonnenen Spiele betteln, sondern einfach nur noch um die Kills. Und um die Betten. Ja. Mehr machen wir eigentlich. Also, dass wir das Spiel gewinnen, ist sowieso von vornherein klar, aber wer die Kills kriegt... Das ist Michael. Nein, den nicht mehr. Trauben, das ist Michael, ne? Box ihn da runter, bitte. Nein. Also, der... Die Chessler ist, die haben wir ja gewonnen, ne? Hä, wo ist der überhaupt? Ich bin zu dumm, um den zu sehen. Hab ich keine Ahnung. Nein. Ich stand vor der Wand. Oh, Bayern-Fan ist da. No GG. Haben wir ihn nebenbei getrunken? Ähm, nee, der war nicht in der Runde. Okay, Leute. Äh, dann würde ich sagen... Trauben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt ein Like. Richtig. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, gebt uns ein Abo und tschüss. Gott sei Dank ist das noch meine Aufnahme, deswegen darf ich noch die Abbegrüßung machen. Also, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst dir ein Like da. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert uns doch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Achso, wenn ihr mal mit uns zocken wollt und so, guckt auf... Geht auf unseren TS. Die IP ist kopf.p.mitrado.net. Findet ihr aber auch noch mal in der Beschreibung. Also, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.